In diesem Video wollen wir uns ganz konkret anschauen, was der eine Faktor ist, dass eine, wir sagen mal, Mindset, die ein Gedanken sind, der ein Gedankenpunkt ist, den du im Kopf haben musst, damit du die Krise als kleines Unternehmen möglichst gut überstehst und wie du dir damit einen Vorteil sogar gegenüber den Großen verschaffen kannst. Herzlich willkommen erst mal zum Video. Schön, dass du hier bist. Wir wollen heute mal über eine Grundthematik reden. Ganz viele haben ja gerade, wenn jetzt so eine Krisensituation kommt, das große Problem, dass sie so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, Sachen halt vielleicht nicht so gut laufen, wie sie laufen sollten und gerade, wenn man dann sieht, okay, da gibt es größere Unternehmen, die geben nach wie vor Geld für Werbung aus, die haben nach wie vor extrem viel Geld rumliegen, die werden die Zeit viel besser überstehen, sage ich halt, ja, natürlich, die haben Vorteile, aber es gibt so einen generellen Satz und der ist mit ein paar Abwandlungen auch auf die Situation übertragbar und der ist, dass Fleißtalent schlägt und zwar jedes Mal. Bedeutet eine Person, die fleißig ist, eine Person, die arbeitet, die Gas gibt, die tut, was sie tun kann, wird immer mittelfristig erfolgreich sein, dass eine Person, die nur talentiert ist. Eine nur talentierte Person, wenn die auch fleißig ist, natürlich stärker, das ist klar, nur das Problem ist, dass die meisten talentierten Personen irgendwann halt satt sind oder relativ schnell satt sind, weil denen wird ja von Anfang an alles in die Wiege gelegt, die müssen für nichts wirklich kämpfen, zumindest in dem Bereich, da, wo sie talentiert sind und das kann man auf die großen Unternehmen übertragen und das ist so eine kleine, ja, auch kleine Ansprache, weil die meisten unserer Partner sind wirklich kleine Unternehmen, ne, 10, 15, maximal 20 Mitarbeiter, teilweise auch wirklich Einzelkämpfer und ich finde es halt immer sehr schade, wenn die Unternehmen sich kleiner machen, als sie eigentlich sind oder auch schlechter machen, als sie eigentlich sind, weil sie sagen, ja, die großen, da kann man ja gar nichts gegen machen. Es gibt, wie gesagt, eine Abwandlung dieses Satzes auf dieses Beispiel und das ist im Endeffekt, dass die Schnellen halt mittelfristig, die langsam fressen werden, egal wie groß die langsam sind. Warum ist das eigentlich so? Du musst dir vor allem vorstellen, in der aktuellen Zeit geschehen sehr viele Änderungen, sehr viele Dinge, die sich anders entwickeln als vielleicht in der Vergangenheit, teilweise Preise, die auf Tagesbasis sich ändern und wenn du jetzt ein großes Unternehmen siehst, ja, die sind erstmal groß, die haben erstmal sehr viel Geld in der Hinterhand, die können sich auch mal ein Jahr Verluste leisten oder zwei Jahre, aber das ist ganz wichtig, du musst dir vorstellen, wenn das Unternehmen eine gewisse Größe hat und nicht weiter wächst, wird es irgendwann satt sein. Irgendwann wird es nicht mehr kreativ sein, irgendwann wird es nicht mehr Dinge hinterfragen, irgendwann wird es sagen, hey, das machen wir schon immer so, das wollen wir auch so lassen. Und da kenne ich sehr viele große Betriebe, also wirklich sehr große Betriebe dann, also Partnerbetriebe von uns sind ja eher kleinere Betriebe, bis ich sag mal 200, 300 Mitarbeiter maximal, aber wirklich sehr viele große Betriebe, die dann wirklich so arbeiten, dass sie extrem langsam halt sind, extrem schwerfällig sind und wenn du da die Möglichkeit hast zum Beispiel, siehst, hey, da gibt es eine neue Marketingmethode auf dem Markt, hey, da gibt es eine neue Methode für Mitarbeitergewinnung auf dem Markt. Die Großen, bis sie sich dafür entschieden haben, das zu machen, vergehen Monate bis Jahre. Seit dem Zeitpunkt ist diese neue Methode schon gar nicht mehr aktuell und es gibt schon wieder was Neues. Und die können aber nicht direkt das ganz Neue starten, weil da müssen sie wieder drüber entscheiden. Ich habe es erlebt, ich war im Konzern selber, beim DAX-Unternehmen und es sind wirklich sehr, sehr lange Wege, bis dann eine Entscheidung getroffen wird. Und das kannst du dir jetzt zunutze machen in der aktuellen Zeit. Wichtig ist halt, flexibel bleiben, kreativ bleiben und keine Angst haben. Nicht in diese Angststache verfallen, wie halt ganz viele. Wie gesagt, dieses Beispiel mit dem Fleiß-Stick-Talent jedes Mal, das lässt sich, finde ich, sehr gut übertragen. Wir haben Leute hier bei uns zum Beispiel auch im Vertrieb, die sind mit Null-Talent hergekommen. Die sind aber so fleißig gewesen, dass sie einfach über die reine Schlagzahl, die sie gemacht haben, das wieder ausgeglichen haben. Und das ist bei den ganzen kleinen Betrieben da draußen genauso. Die sind halt viel schneller. Die haben halt den Vorteil, die können von einem Tag auf den anderen ihre Strategie auch ein Stück weit ändern und sagen, hey, wir machen das jetzt etwas anders, als das davor gemacht haben, was ein Konzern niemals machen könnte. Was auch vielleicht wirtschaftlich sinnvoller ist. Ganz wichtig ist an der Stelle aber, keine Angst zu haben. Weil das ist wirklich das, was die allermeisten halt haben. Die sagen, hey, okay, hier geht es mal um eine Investition von ein bisschen Zeit, eine Investition von ein bisschen Geld. Ich habe aber Angst, dieses Geld zu verlieren. Und das Problem ist, wenn du es nicht änderst, dann wirst du nach wie vor auf dem gleichen Level sein, wie der große Betrieb, der halt viel mehr Geld hat, der viel bessere Einkaufskonditionen hat. Und da kommst du halt nicht hin. Und auch dann sich zu orientieren, zu sagen, die machen das aber auch anders. Ja, die sind auch viel größer. Die können sich das vielleicht ein paar Jahre leisten, das anders zu machen, aber irgendwann auch nicht mehr. Deswegen meine Empfehlung, wie gesagt, sei schnell, triff schnelle Entscheidungen, ändere Dinge auch schnell ab, wenn du sie, wenn ich, für sinnvoll hältst. Weil auch das wieder so ein Thema. Wir haben jetzt ein Gespräch gehabt mit einem potenziellen Partner. Und der meinte zu uns, ja, das Ding hat schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht. Und deswegen will er sich nochmal zwei, drei Wochen Zeit nehmen, dann Ruhe drüber nachzudenken. So, das ist erstmal eine Aussage, die wir relativ häufig hören. Aber wenn man wirklich mal hinterfragt an der Stelle, zwei, drei Wochen Zeit nehmen, was bedeutet das eigentlich? Die Frage, die man ihm stellen könnte, die Entscheidung, die du damals getroffen hast, die schlechte, die du spontan getroffen hast, hättest du dir denn anders getroffen, wenn du dir zwei, drei Wochen Zeit genommen hättest? Wusstest du denn vorher schon, dass es schlecht wird? Die Antwort wäre, war die Antwort, nein. Wüsste nicht, dass die Entscheidung vorher schlecht war. Konnte ja nicht wissen. Und das ist genau der Punkt. Sich zwei, drei Wochen Zeit zu nehmen, verschiebt vielleicht die Entscheidung, aber nicht das Ergebnis. Und er hätte auch, wenn er sich zwei, drei Wochen Zeit genommen hätte, nicht gewusst, ob es gut oder schlecht ist. Es hätte nichts geändert. Vielleicht hätte es ihm ein anderes Bauchgefühl gegeben, keine Ahnung. In jedem Fall wäre aber das Ergebnis das gleiche gewesen, nur, dass er danach zwei, drei Wochen verloren hätte. Und das ist, was ich meine. Wenn wir zum Beispiel was machen wollen, dann machen wir es direkt. Dann sage ich nicht, ich warte noch ein paar Wochen, ein paar Monate, ein paar Jahre, bis der richtige Zeitpunkt kommt. Ich mache es direkt, finde raus, ob es funktioniert. Wenn es funktioniert, bin ich einen Schritt weiter. Wenn es nicht funktioniert, bin ich auch einen Schritt weiter. Weil ich wieder was rausgefunden habe, was nicht funktioniert, was mich dem, was funktioniert, einfach näher bringt. Diese Denkweise musst du in der Krise dir einfach aneignen. Schnell Entscheidungen treffen, schnelle Aktionen machen, Gas geben. Und dann wirst du automatisch viele Dinge herausfinden, die funktionieren, die die Großen gar nicht machen können gerade, wo du dir Riesenvorteile mitholst, wo auch viele kleine Unternehmen sich gar nicht trauen, so schnell die Sachen zu machen. Und dann hast du plötzlich wieder einen Riesenmarktvorteil. Und darum soll es auch gehen, dass du wirklich in der Krise die Sachen, die dich auszeichnen, die Sachen, die dich besonders machen, die dein Unternehmen besonders machen, die dir Vorteile geben, einfach auch ausspielst und nutzt. Also es ist jetzt etwas engeres Video, aber mir ist ja wichtig, dass der Kerngedanken rüberkommt, dass im Endeffekt, es so ist, vielleicht schlägt Talent jedes Mal, ja, aber vor allem, übertragen gesagt, die Schnellen fressen einfach die Langsamen auf. Egal wie groß oder stark die Langsamen sind. Mittelfristig werden die Langsamen immer verlieren in der aktuellen Zeit, weil sich einfach zu viele Sachen zu schnell ändern. Und du kannst ihm entgegenwirken oder das sogar für dich nutzen, diese Strömung, indem du einfach selber auch in der Lage bist, schnell manövrierfähig zu sein, wie das kleine Boot, was halt viel schneller mal auf einen darauf ziehenden Sturm reagieren kann, als der Riesentanke, der langsam sich dreht, der vielleicht im ersten Schritt von dem Sturm noch nicht gekillt wird, aber wenn er sich lange dran auffällt, dann irgendwann trotzdem nicht mehr lange, oder es ihm nicht mehr gut geht. Okay, waren jetzt viele Dinge, viel vor allem mental. Geh da gerne mal rein, mach dir gerne selber nochmal Gedanken, wo du mal eine schlechte Entscheidung getroffen hast, wo du dir denkst, hey, da hätte ich länger drüber nachdenken müssen. Und dann frag dich wirklich mal, hättest du schon wissen können, dass es eine schlechte Entscheidung war, wenn du darüber nachgedacht hättest. Manchmal weiß man das, in den meisten Fällen aber nicht. Deswegen ist meine Empfehlung immer, triff Entscheidungen schnell, ändere Dinge schnell ab und dann schon lange damit zu warten, weil dann wirst du schneller an dem Ergebnis sein, was du dir vorstellst. In dem Sinne, ich hoffe, da waren ein paar Sachen für dich dabei. Erst bei dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.